...mal fernbleiben. Ähm... Wie sieht diese göttliche Mission genau aus? So. Ähm, ja, also wichtig sind ja die fremden Kreaturen. Was werdet ihr gegen die fremden Eindringlinge mit ihren Kreaturen unternehmen? Die dunklen Türme, die in Karakis niederkamen, sind ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die Zeit der Befreiung nahe ist. Aber wird uns leid. Okay. Ja, komm. Ja, 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 ja. Ja, gut. Ähm... Du willst deinen offenen Krieg gegen die anderen gegenführen? Warum nicht? Das Einzige, was uns noch davon abhält, ist unsere eigene Streitkarte. Okay. Und jetzt geh mir aus dem Licht und mach dich nützlich. Ich hab zu tun. Okay, ich mach mich nützlich. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Ähm... Da oben würde ich hin? Genau. Ja, ja. Na endlich. Kahn wird dir mitteilen, ob er dich bei uns dulden wird. Geh und rede mit ihm. Möge Rava deinen Weg. Ja, Mensch. Mir wurde zugetragen, du möchtest dich bei uns aufhalten. Boah. Da trägt der auch schon den Leichen kladmätselig, wa? Ähm... Dafür wirst du dich erst beweisen müssen. Jeder, der sich hier auffällt, hat zum Stich. Gut. Ähm... Ich will eigentlich nur eine Stunde spielen. Und wenn ich jetzt hier mal... Du hast den großen Kahn gehört. Melde dich. Ähm... Wer ist Tankers? Wer ist Tankers? Ähm... Ich will mit Kahn sprechen. Ich will mit Kahn sprechen. Ich will mit Kahn sprechen. Lassen. Tankers hat noch nie von dir... Kahn wird seine Worte nicht an dich verschwenden. Bevor du nicht mehr vorzumeisen. Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? Okay. Ähm... Dann wollen wir mal raus, hier. So, okay. Aber... Das tut weh. Dann wollen wir mal hier runter. Nein, wollen wir nicht runter. Aber hier wollen wir mal raus. Ganz artig. Dann ist das schon mal erledigt. Boah, ey. Diese Mission ist ja nervig. Ähm... Adam. Mit denen soll ich auch noch quatschen. Wer ist denn Adam? Das sagt man gerade ja auch nicht. Der sagt mir absolut nichts gerade. Okay. Hat der Ding zwei Etagen zufälligerweise? Ich gehe mal nach oben. Ähm... Ne, jetzt auch nicht. Also Topfbesen... Bekläu ich jetzt mal nicht hier. Nö. Aber ich kann ja mal gucken. Sofa einsetzen. Nein. Hat der im Bett, dass ich mal ein bisschen schlafen kann? Ach... Schlafen ist gut. Äh... Bis zum nächsten... Ja, bis Mitternachtsschlafen mal. Mal gucken, ob er mich aus dem Bett wirft. Wenn er selber schlafen möchte. Was ist der denn? Ist das wie ein Bug hier? Oh Gott. Oh Gott. Das Ding hat da noch einen Eingang hier. Na? Ja, jetzt sollte man die Etagen aufzeigen. Da ist er. Ähm... Warum sollte ich eine Gilde... Warum sollte sich eine Gilde uns anschließen wollen? Okay. Warum sollte sich eine der Gilden uns anschließen wollen? Einer muss mit eisernem Willen voranschreiten. Mit seiner Armee von mutigen Kämpfern, um den Skyns Einhalt zu gebieten. Dr. Dawkins. Das heißt die Gemeinschaften Magalans schon seit Ewigkeiten in Streitigkeit. So. Der grausame Doktor. Vernichter der Welten auch genannt. Die Bastionen auch vordern bringen. Genau heißt das. So. Kaya, die starke Berserker, reibt ihre Streitkräfte. Kaya, die starke Magierin. So, das vor der Berserker. Das vor der Berserker hat mit... Gut. So. Wow. Ey, würde ich ja zwei Stunden hier setzen. Ähm, klären wir kommen. Ja. Gut. Habe ich mit so vielen Leuten schon gesprochen? Lass mich jetzt noch einmal alles genau analysieren. Und dann werden wir in Kürze die nächsten Schritte einleiten. Okay. Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme. Was fehlt uns denn noch? Die Bastion ist noch nicht ausreichend befestigt. Zuallererst sollten die Bieste im Umland erledigt werden. Okay. Die Bastion ist noch nicht ausreichend. Okay, gut. Dann ist halt alles nur eine Wahrwiederholung hier. Und wir können hier raus. Wow. Haben wir jetzt echt so viel geschafft? Gut. Püppchen ist auch dabei. Dann gucken wir mal. In den Lock. Haben wir das alles soweit? Ähm, t'va. Dann machen wir mal. Ja, ich fange die Mission mal von hinten an hier. So. Machen wir mal so. Und danach werde ich gerne mal kurz abspeichern. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Ähm. So. Super. Ey, das freut mich ja, dass wir nach so langer Zeit einige schaffen konnten. Joot. Gut. Das war's für heute.